Willkommen zu Wondertag. Wie man es hört, es regnet. Ja, kurze Pausen-Video. Das erste im Urlaub, es ist wahrscheinlich aber trocken. Ja, und vor allem, es ist nicht anzusehen hier, ich bin hier, noch lange habe ich schon verlassen. Da kam auch schon die ersten Wanderer entgegen. Vierer Trupp von jungen Frauen, jungen Mädchen. Ja, ich hatte mich schon gewundert, warum das Valley, das Teil hier so. Zu leer ist. Also was ist leer? Eigentlich soll hier so ein Reservoir sein. Wie man sieht, hier fließt irgendwie nur ein kleines Bächlein. Naja, schon groß drauf lustig spielen. Durch dann, äh, die sind gerade etwa hier. Sprich, eigentlich müsste hier viel Wasser sein. Aber, ist wohl nix. Erstaunlich. Naja, ich bin mal recht gespannt, da kommt später nach dem Damm. Naja, keine Ahnung. Ja. Ja. Zerfreude, wo es uns auch was dringend angesagt. Ja, heute Morgen ist mir kurz ein bisschen geregnet. Mal gucken, wie das, äh... Ja, wie wir da ein paar gesehen haben. Ja. 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 Wie gesagt, ja. Mir ist nicht so viel aus. Und später kommen wir uns der alte Pfau entgegen. Und dann... Ja. Ich hab's noch nicht so gut. Ja, muss noch ein bisschen anhalten. Ich schaue, dass der Weste Alenbäuer das Beste ist. Im Rupparell... Ja, ich hab den Rupparell. Äh... Weste Alenbäuer ist ganz nett. Und wie ist der Lipparell? Äh... Für mich gibt's Sachen, die es später gibt's in Rupparell. Ja, ähm... Wir flaxen immer auch ein bisschen übers Wetter. Ja... Ein bisschen später... Kann man aber nicht dagegen. Ja, ich hab der Wasser gesagt, das ist eigentlich ein ganzes Tag Schiffen irgendwie. Aber... Ja. Glück gehabt. Morgens hab ich das mal ein bisschen umgegangen. Ich glaub ich, äh... Ja, es war noch leicht ein Pissen, wenn man es jetzt abgedrückt hat. Ja... Und... Ja... Zwischendurch hab ich das auch noch mal ausgezogen. Ich hab gedacht... Ja... 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 Das sind dann zwei Leichten, aber... Ja... Ja... Eigentlich war das... Bisschen... Ja... Ja... Dünn nachmitteln. Das wird da richtig gut. Ja... Der Weg... Für... Flussstraße... Ja... Ja... Zwischendurch haben wir ein bisschen knifeln... Ja... 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 Und... Und... Ja... Und dann... Ja... Ja... Dann auch... Die Mütze ist mir nervt, das war ja... Ja... Ich zeige noch, dass die... Dass die... Dass die T-Spray rausgeholt... Ja... Und dann auch... Was geht vom Abbau herunter... Ja... Ein bisschen rufen... Aber... Ja... Ja... Ich bin ja zugegangen... Ein... 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 Ich weiß nicht, sie kommen... Nein... Ja... Keine Ahnung... Jetzt wird die Bauern aufbauen... Jedenfalls... Ne... Hat jetzt sowas... Ja... Ein... Bisschen noch Moos... Vielleicht stehe ich da drunter... Röhlenwinkel kaum rein... Ja... Oh... Und dann doch, aber da ist... Die Rassen auf die Schafe... Ja... Feuer im Wald... Er ist bestimmt auch steinig gewesen... Naja... Jetzt bin ich hier... Ähm... Morgen soll es eigentlich trocken sein... Ich muss das halt mal... Verifizieren... Weiß nicht... Gestern 2G und... Keine internen Verbindung... Und... Ja... Er hat das selbe Spielchen... Äh... Angelegenheit... Und dann... Morgen... Ja... Ziel ist eigentlich... Warte hin... Habe ja nicht mehr die Karte... Die Nummer so angehauen... Guck... Ah... Das ist immer noch relativ weit... Ich muss das mal gucken... Ich muss das mal gucken... Ich glaube ich nur bis... Ähm... Das Loch ist da... Da ist da... Und dann... Kennt die Platz... Ich will jetzt zumindest den... Daxler Ruf... Den... Die Anreise zur... Wenn du nirgst... Das tut mir leid... Hätten verkürzen... Das ist so... Oh... Ich bin so nervös... Laufen... Momentan... Ja... Das hat nicht... Ich... Ähm... Wieso zu gieten... Ich bin gerade schon mal im Zug... Bloß kurz nach... Verwähren zu fahren... Das ist... Ja... 12 Kilometer... Aber... Ich reagiert eh schon... Das sind halt... An... An der... Einwand... Linie lang... Also vom... Landschaftlich... Ja... Verpass ich dann eigentlich... Diesmal... Ja... Das müssen wir erstmal... Mal... 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 Überlegen... Vielleicht... Vielleicht auch mal den Farbzeitplan... Der... Wenn ich Internet hab... Ja... Morgens Montag... Ich hab da ein bisschen mehr von uns... In meinem Auto... Ja... 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 Nein... Hm... 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 Ich hoffe... Ich hab da jetzt noch ein bisschen mehr brauchen... Okay... Ja... Egal... Wie kümmere ich mich gleich... So... Also... Morgens... Das ist doch... Da passt das jetzt wie düpplich... Ja... Ja... Und... Das ist doch... Ja... Herr... Ja... Ich hab die... Ja... Also... Oh... Ja... Das war's. Vielen Dank.